Willkommen zu diesem letzten Mini-Video in diesem Jahr. Ich wollte mich einfach mal für den Support dieses Jahr bedanken, dafür, dass ihr meine Videos schaut, auch wenn ich mir mal 1,5-2 Monate Pause genommen habe und dann halt wieder anfangen, Videos zu machen, dass ihr die trotzdem schaut. Ich habe mir mehr als nur eine paar Monatspause dieses Jahr genommen. Daher Leute, vielen lieben Dank für den Support, vielen lieben Dank an jeden, der mein Video geliked hat, der einen netten Kommentar geschrieben hat, der mich abonniert hat, der in einem Twitch-Stream von mir im Chat aktiv war, der auf Twitter aktiv war oder so. Das bedeutet mir mehr, als ihr euch, glaube ich, vorstellen könnt. Vor allen Dingen nette Kommentare bedeuten mir echt mega viel und ich wollte mich nochmal für den phänomenalen Support auf meinen Vlog bedanken. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, also vielen, vielen lieben Dank. Es hat mich echt gefreut, so viele Kommentare zu lesen, so viele nette Kommentare unter dem Vlog zu lesen. Ähm, ja, das wollte ich euch nur kurz sagen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ihr werdet das wahrscheinlich im neuen Jahr sehen, weil das neue Jahr in 17 Minuten Stand jetzt ist. Ähm, nächstes Jahr würde ich sagen, ich versuche so viele geile Videos wie möglich zu machen. Ich will mehr streamen, das sind meine YouTube-Twitch-technischen Neujahrers-Vorsätze. Mehr Streams, also folgt mir auch auf Twitch. Mehr geile Videos, vielleicht auch mehr Vlogs, weil ihr habt es anscheinend gefeiert. Ich wünsche euch einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön mit Familien, Freunden, mit wem auch immer. Wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.